Österreich liegt im südlichen Mitteleuropa und hat die Fläche von 83.854 Kilometer 2. Hier leben etwa 7,5 Millionen Einwohner. Österreich grenzt an verschiedene Länder, an schöne Schweiz, Italien, attraktive Slowenien, kaltes Ungarn, an bekannte Tschechische Republik, die malerische BRD und an kleines Lichtenstein. Die österreichische malerische Landschaft besteht aus großen, hohen und schönen Mittelgebirgen. Österreich ist eines des berühmtesten Alpenlands. Die Berge liegen im unmittelbaren Süden dieses Landes und erst rechen sich bis zur großen Donau im Norden. Österreich ist eines des waldreichsten Land Europas. Diese einmaligen Naturschönheiten und zahlreiche unwiederholbare Sehenswürdigkeiten machen dieses Land für viele Touristen sehr attraktiv. Seine Hauptstadt ist Wien. Österreich besteht aus neun selbstständigen Bundesländern. Das sind Burgenland, Niederösterreich, Wien und andere. Man nennt Wien eine Musikstadt, weil dort die größten Komponisten, wie Wolfgang Amadeus Mozart, Josef Haydn, Johann Strauss und Ludwig von Beethoven, lebten und arbeiteten. Bis jetzt Wien ist eine Musikstadt Europas. Der Stepphansdom ist das Wahrzeichen von Wien. Österreich ist ein hochentwickeltes Industrieland. Die größten und wichtigsten Industriezweige sind Maschinenbau, Chemie und Textilindustrie, Elektronik und andere. Österreich ist besonders malerisch, deshalb wünschen die Touristen dieses Land zu besuchen. Das ist ein Tor